Hey Leute, herzlich willkommen bei WePlay PS4. Heute mit dem Rennen Geschäftsreise in der Kategorie Punkt zu Punkt mit Supersportwagen. Ich werde mich wahrscheinlich für den Zentorn entscheiden. Ja, so sieht's aus. Wie ihr sehen könnt, hier ist meine Playstation ID. Wenn ihr sie rollt, könnt ihr mich ändern und ein bisschen zocken. Ja, ist kein besonders guter Fahrer, aber ich starte von ganz vorne. Ob das das gut ist, kann ich euch nicht sagen, aber meistens wer, der zuerst vorne ist, meistens zuerst finden. Acht Spieler, ne, nicht alle, so wie ich das gesehen habe. Und ja, am Rundschatten. Dann hoffe ich mal, dass ich mich hier irgendwie durchsetzen kann. So wie ich mal hier am Rundschatten. Und die die. Da kann ich überhaupt nicht, leider. Du fährst hier ein Rennen, ganz normales Rennen, und die Leute fahren, um dich zu schützen, um dich zu stoßen. Ja, das hat er jetzt davon. Noch bin ich vorne. Aber das heißt ja nichts. Aber wie ich sehe, sind wir nur noch 7 Spieler. Ja, so schnell kann man gehen. Ich fahr jetzt mal ein bisschen deppern. Würde mein alter Fahrlehrer sagen. Ich hoffe, das springt aus. Also was ich gemerkt habe, wenn man gerade über so Kuppen springt oder so. Oder Sprengschanken. Dann sollte man nicht so viel lenken. Weil man meistens dann irgendwelche Fehler macht. Beziehungsweise das Auto dann ausbricht. Und auch. Der Karte sieht auch relativ gut aus. Meistens ist es ja so, sobald die Leute anfangen, irgendwie auf der hinteren Position zu kämpfen, ja, dann verlassen sie auch direkt den Job. Weil die das halt nicht haben können, als sie dann letzter sind. Ich weiß nicht. Also bei mir ist es ja so, ich versuche da drin bis zum Schritt durchzuziehen. Und klar, am liebsten so viele Plätze wie möglich gut zu machen. Meistens klappt es. Es gibt auch Tage, da klappt es nicht. Da habe ich einen guten Laut. Gucken wie lange der anhält. Also das ist mein erstes. Oh, geil. Gewonnen. Ja, das war mein erstes Gameplay mit einem Landrennen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir doch eine positive Bewertung. Wenn ihr noch mehr so Videos sehen wollt, dann würde ich mich über Kommentare kommen. Über Verbesserungen. Je nachdem. Meldet euch einfach. Habt ihr Lust zu zocken? Tretet meiner Crew bei. Wir haben auf jeden Fall viel Spaß. Ich wünsche euch was. Da Local.